Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Battlefield 3, die Kampagne, die Mission der Größte Zerstörer. Ich muss mich entschuldigen bei allem, weil ich immer noch Battlefield 3 Kampagne hier, Let's Play, aber ich kann nicht die Battlefield 4 Kampagne anfangen, wenn ich die 3 nicht fertig habe. Weil das Projekt war nun mal jetzt gestartet und das müsste jetzt erstmal beendet werden. Also so ein bisschen gebollt. Von deinem Moda. Genau, das meine ich ja. Von deinem Moda. im Jetzt kommt's. Ist klar, ist klar. Ist klar, im Griff. Meinen die Amis, die haben die Lage im Griff. Und da kommt's. Ein Zug verloren. Hauptsache die haben die Lage im Griff. 4. 2. 3. 3. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 10. 11. 10. 11. 12. 12. 13. Ja, soll man nur in die Suchladung. Ok denn die nicht und weil die im Knie einschlagen und den Kopf auf den Tisch okay er kann nichts müssen bei mir da ist ein Leben und sagt mir hier rüber so, jetzt lasst ihr manso mäßig hier weglaufen und sprühen aus dem Fenster raus ouch oh hier sind die Matratzen, anscheinend, das wird gar nicht mal so weh komm ja der Blut kommt warum hat einer von mich nicht das wird auch voll gehindert er könnte mir ja die Waffe geben ja, ich weiß nicht, ob ich schlecht gut spielen soll jetzt renn forest renn ich könnte eigentlich jetzt springen was würde mir passieren ich werde platt gemacht und wir sind auch im Zug so jetzt kommt meine Lieblingscheide und stelle pack die Waffe auf dem und sagt alle dann bin ich gerne bin ich gerne die alle um um dem den 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 und die da das ist die 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 möchte ist aber hier haben sie es geil gemacht und sagt junge weg mit der lücher rausklettern und wenn jetzt schießt er und kennen wir ja alles also nicht 44 kann unser feld ja nichts anhaben wo ist denn jungen wo aus nach hinten noch mal nachladen und alles ist erst mal sterben die alle ich denke mal in die sieben einfach auch gut junge weisen habe ich gesehen jetzt ist der nicht die hand als schießt den jungen als schießt den hatten wasser da der mutter ist ja bei mir sie sind gut so sehr gut und weiß jetzt ich auch nicht du mongo los 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 bruder sterbe für mich mein gott es gibt aber ich nur die in diesen wo 9 und niemals gut die beiden und den zu heißen nüster ist mir auch hier sie alle junge muss sich hin erst mal sterbe hier mit ein paar weniger sind nicht unterliegt Aber wir könnten ja rein theoretisch machen hier, was ist das, das gewöhnliche Schaden, Säger und Säger. Immer die Säger. Ui, leute ich mich behalten. Autsch, Autsch, Autsch. Wo schießt der hinten, Junge? Bist du behindert? Ja, die Ausknüttung. Den würde ich so gerne müssen. Wie schnell kommt der da hin? F2000, Typ 88. Oh, ist ja schon gefährlich, ja fast. Ja, ja. Äh, 16 Schuss, ich hab doch auch 200 Schuss, oder? Ja, ich hab schon mal den Pump. Oh, da ist er, achso, das ist der 16 Schuss. Nee, ich kann mich nicht analysieren. Die hat's auch, ich will doch kein Unschulier. Hauptsache, oh, ich hab gerade ein Unschulier enthält. Er kommt, er kommt, anstatt dass er direkt aufsteht und er schießt. Nein, warte, dass er erst mal aufsteht. Und dafür kriegt ein 40er, 44er in den Schäden. Und, sie schießt nichts. Blöd von dir, Junge. Nachladen vielleicht. Er ist so hässlich, der Mann. So, erstmal hier in den Kind. So, ich schlage ihn, komm. Schlage ihn. Hä? Ha? Ha? Ach, dreh den Kopf rum. Ein Marine, der sich hier verfrügeln lässt. Nur über meine Leiche, Junge. Nur über meine Leiche. Lass mal einen Stein hier auf den Kopf. Fuck. 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 So, ich hoffe, du gibst jetzt nur hier. Das war eine Kampagne, Leute. Aber derbe. Wie gesagt. Ich entschuldige mich bei allen. Achso, den Kontentrinteil. Hab ich vergessen. Wie gesagt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020